Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Moravan Schönheitsblog. Und heute habe ich aus Landshut die Frau Coral von Copicos. Und sie hat den Vertrieb oder den Exklusivvertrieb von Living Nature. Eine ganz wunderschöne Serie aus Neuseeland. Ja, Frau Coral, erzählen Sie doch mal, was ist Living Nature? Ja, danke für die Einladung, Frau Pasch. Living Nature ist eine Naturkosmetikmarke, eine zertifizierte Naturkosmetik aus Neuseeland. Und das Besondere bei Living Nature sind die Inhaltsstoffe aus Neuseeland. Also man sagt auch endemische Inhaltsstoffe, die also ausschließlich in Neuseeland vorkommen, wie Manuka, Manuka-Honek, Harakeke, Kumerahu und auch diese Tonerde, die ich Ihnen mitgebracht habe. Ja, so sieht es dann aus am Stück. Genau, das ist die Heloisite-Tonerde und das ist ein Vulkangestein. Und jetzt wundern sich vielleicht manche, warum Vulkan? Weil einen Vulkan kennt man ja eigentlich als schwarze Lava. Und es gibt aber auch Vulkane, die implodieren, also die gar nicht ausbrechen. Und man sieht hier so ein ganz bisschen noch so kleine graue Steinchen drin. Also die ist wirklich strahlend weiß, wenn man sie auf der Erde baggert. Und dann wird sie zu einem ganz feinen Pulverzell malen. Ich weiß nicht, ob man es wirklich erkennen kann. Das ist so zart und weich auf der Hand. Und das Besondere dieser Tonerde ist die Molekularstruktur. Also wenn ich mir eine normale Tonerde unter dem Mikroskop anschaue, sehe ich alles kleine verteilte Pünktchen. Und bei dieser neuseeländischen Tonerde sind es kleine Stäbchen. Das heißt, diese Moleküle wickeln sich auf wie eine Schnur, wie man das von diesen DNA-Schnuren kennt, und bilden Röhrchen. Und durch diese Röhrchen kann das Produkt, das fertige, was wir dann als die Cleansing Mask haben, besonders intensiv Schmutzstoffe von der Haut aufnehmen. Auch die Schwermetalle zum Beispiel. Also eine ganz intensive Reinigung für die Haut. Das heißt, die Haut sieht nachher feiner aus, zarter. Also ist es vor allem gedacht, entweder für eine sehr fettige Haut, für eine unreine Haut. Weil unter anderem ist in dem Produkt auch Manuka-Extrakt drin. Der geht besonders gegen die aknefördernden Bakterien. Um dann auch diesen überschüssigen Talg von der Haut zu nehmen, dass die Haut nicht mehr so unruhig aussieht, nicht so fertig glänzend. Sie können das aber auch anwenden bei einer reiferen Haut, die ein bisschen Durchblutung braucht, gerade wenn so ein Jahreszeitenwechsel ist, und die Haut nicht arbeitet, dass man dann einfach mal so einen Kick von außen gibt. Und gerade wenn man in Städten wohnt, ist es ja eh so, dass man viel zusätzlichen Schmutz auf der Haut hat, dass man das regelmäßig unternimmt. Und man merkt dann danach auch, wie die Haut Wirkstoffe richtig gut aufnimmt. Wenn sie dann in der Behandlung sind oder in der Heimpflege zu Hause, andere schöne Anti-Aging-Produkte, Serien, Feuchtigkeit, saugt die Haut dann richtig gut auf. Ja, also so eine Art Vorbereitung. Ich kann es bei der trockenen Mischhaut zum Beispiel auch, haben wir auch viele, gut nehmen. Und kann danach richtig schöne maskenreichhaltige Produkte, Feuchtigkeitsgel, Maske von Living Nature. Die haben so schöne Produkte bei Living Nature. Und da machen wir dann ein extra Video dann mal mit diesen ganzen Feuchtigkeitsgeschichten. Genau, da bin ich auch so ein Freak davon. Ja, Frau Corral, kurz zur Living Nature. Das ist eine reine Naturkosmetik. Ja, ganz genau. Also ich vertreibe die ja jetzt seit 25 Jahren in Deutschland. Und seit 2000 gibt es ja das Zeichen über ein BDH für kontrollierte Naturkosmetik. Und seitdem sind wir auch dabei. Ja. Und es wird regelmäßig auch verbessert. Also alle Produkte, die jetzt rauskommen, sind ja dann unter dem noch strengeren Biozertifikat Kosmos vorhanden. Und man sieht es jetzt in den Inkis, kann man es eben sehr schön nachlesen, was drin ist. Jetzt ein Avocadoöl ist noch mit dabei. Macadamia Nussöl. Nachkerze. Also tolle Wirkstoffe, die regulierend wirken. Und wer mal vielleicht Living Nature besuchen möchte in Neuseeland, der muss ganz in den Norden von Neuseeland fahren, in die Bay of Islands. Und das ist in Keri-Keri, ein ganz schöner Ort. Man nennt es da oben, so ein subtropisches Klima hat man dort oben. Und es ist wirklich sehr schön. Man ist immer herzlich willkommen, sich das mal anzuschauen. Ah, toll. Die Pflanzen und alles, was es eben dort zu sehen hat. Ja, und wenn Sie sagen, Sie haben den Vertrieb in Deutschland und Schweiz und Österreich ja auch dabei, schon 25 Jahre, wie lange gibt es dann Living Nature schon? Ja, ich glaube vor zwei Jahren haben wir den 30. Geburtstag gefeiert. Okay, also eine sehr bewährte. Und in Neuseeland ist das dann wirklich überall zu kriegen? Also da ist ja die Vertriebsstruktur ein bisschen anders. Da geht es vielmehr über die Apotheken mit Zusatzverkauf, Department Stores und dann Health Stores. Das ist wie bei uns so ein bisschen so Richtung Reformhaus, Biolagen in diese Richtung. Ja. Und dann zeigen wir euch jetzt mal auf einer Seite, wie die Maske so funktioniert. Die Frau Choral wird es bei mir anwenden. Wir zeigen euch das und auch nachher, wie es dann aussieht. Jetzt zeige ich Ihnen, wie wir in einer Behandlung diese Deep Cleansing Mask anwenden. Zunächst haben Sie natürlich Ihren Gast gebettet und das Gesicht gereinigt. Und Sie erhalten auch für die Kabine ein Paket. Da sind diese 5ml Päckchen drin. Sie reißen es oben auf. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und entnehmen dann diese Maske. Sie sehen, das ist schon fertig gerührt. Sie können das mit den Händen auftragen. Ich bin ein Fan davon, alles mit den Händen zu machen. Sie können aber natürlich auch einen Pinsel verwenden. Da gibt es unterschiedliche Maskenpinsel, die Sie nehmen können. Und Sie klären Ihren Gast auf, dass sich das zunächst ein bisschen kühl anfühlt. Das wird die Frau Pasch vielleicht bestätigen können. Aber angenehm. Erfrischend, sagen wir mal so. Und man braucht jetzt keine ganz dicke Schicht, so wie Sie das bei dem Model auf dem Poster sehen, sondern es reicht eine dünnere Schicht und das Ganze arbeitet dann. Wichtig ist, dass Sie jetzt Ihrem Gast auch sagen, dass er was spüren kann. Also wir möchten ja natürlich auch bei einer Behandlung, dass die Haut arbeitet. Und das wird zu spüren sein. Vielleicht mit einem kleinen Kribbeln, was sich einstellt. Oder einem Wärmegefühl. Das ist aber ganz in Ordnung. Solange es nicht zu stark wärmt oder zu stark kribbelt. In dem Päckchen ist jetzt immer noch was drin. Also wenn wir jetzt das ganze Gesicht machen, wir können auch dann das Dekolleté noch mit pflegen, dann ist das Päckchen leer. Und Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten der Vorgehensweise. Entweder lassen Sie Ihren Gast mit der Tonerde-Maske ruhen. Gerne zwischen 5 und 15 Minuten, je nach Hautbild. Also ist die Haut fettiger und ein bisschen gröber, sollte die Maske ruhig etwas länger einwirken und arbeiten können. Dann ist die Haut trockener, empfindlicher, feiner. Reichen vielleicht schon 5 Minuten aus. Und man wird dann das sehen, dass mit der Zeit die Maske trocken wird. Die Feuchtigkeit, die im Produkt ist, die verdunstet mit der Zeit. Und das ist auch genau das, was dann das Arbeiten ausmacht. Durch das Verdunsten des wässrigen Anteils in der Tonerde-Maske entsteht ein kleiner Sog in der Haut, wo dann aus den Poren die Schmutzstoffe herausgenommen werden. Also wo so eine Zirkulation in der Haut stattfindet, ein Arbeiten. Und das regt dann auch an, dass die Bakterien, die nicht in unsere Haut gehören, also diese Bremdbakterien, dass die runterkommen. Sie sehen, dass ich mir jetzt schon mal ein kleines Tüchlein hingelegt habe, weil eine Möglichkeit des Runternehmens ist auch ein Rubbeln. Jetzt müssen wir vielleicht noch mal ein kleines Momentchen warten, bis dann die Maske wirklich angetrocknet ist und wir das rubbeln können. So, jetzt sehen wir das schon, wenn man jetzt hier drüber streicht, dass es also alles etwas fester geworden ist, dass ein Teil der Feuchtigkeit verdunstet ist. Und Sie können jetzt in der Behandlung die ganze Maske mit einem Schwämmchen zum Beispiel runternehmen oder mit einer Kompresse, mit einem Schwämmchen ist es einfacher, finde ich. Oder Sie haben eine zweite Alternative, dass Sie es runterpielen. Also ein Peeling hat dann nochmal den Effekt durch diese sanfte Rubbeln, dass wirklich die trockenen Hornschüppchen, die oben auf der Haut liegen, dass die ganz mit runtergehen. Und Sie halten dann mit der einen Hand die Haut ein bisschen entgegen und mit der anderen streichen Sie zügig, aber sanft. Wir wollen ja die Haut nicht zerren oder ziehen. Und dann sehen Sie, dass die Tonerde ein bisschen wie eine Creme fast einzieht in die Haut und dann kommt sie in kleinen Peeling-Knüppelchen runter. Deswegen habe ich mir auch hier neben dem Kopf ein Kosmetiktuch gelegt, wo ich jetzt die Tonerde-Brösel auffangen kann. Und durch dieses Rubbeln haben wir nochmal ein ganz intensives Gefühl. So können Sie sehen, dass jetzt die kleinen Tonerde-Knüppelchen richtig schön runterkommen. An der Wange halten Sie einfach ein bisschen nach unten und dann ziehen wir nach oben. Und dieses Peelen, dieses Runterrubbeln machen Sie nicht, wenn eine Haut wirklich aktiv entzündete Akne hat, weil Sie dann ja die Bakterien im Gesicht verteilen und das auch schmerzhaft ist, wenn man über Entzündungen drüber streicht. Aber bei allen anderen Hautbildern können Sie es machen. Wir haben zum Beispiel auch sehr schöne Erfolge. So, jetzt sehen Sie mal, wie toll das runtergeht. Es bröselt und bröselt. Vielleicht können Sie auch sehen, wie schön durchblutet jetzt die Haut schon ist, einen schönen rosigen Schimmer bekommen hat. In der Nase gehen Sie einfach entlang. Denn also Labialfalte streichen die Tonerde runter. Und bei einer Kuperose-Haut haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass die Haut sich öffnet, sprich die feinen Kapillargefäße und die Rötungen besser, also sich reduzieren, weil das Blut besser abschließen kann. Jetzt kommen wir einmal den Kopf ein bisschen zur Seite, weil dann bröseln wir praktisch auch hier die Tonerde gleich auf unser Tüchlein. Und die Reste nehmen wir jetzt mit dem Schwamm runter. Wir haben jetzt diesen kleinen schönen Naturschwamm. Und der Vorteil ist jetzt, dass durch diese frische, schöne Haut, das ist also wie so ein Detox für die Haut, können Sie im Anschluss sämtliche Wirkstoffe, die Sie der Haut gönnen möchten, also bei einer unreinen Haut, können Sie jetzt wunderbar auch die Ausreinigung machen. Oder Sie machen ein anderes Peeling vorneweg, vielleicht ist Warmbonigpeeling und machen die Maske dann wirklich nach der Ausreinigung zum Nachreinigen. Haben Sie eine reifere Haut, werden Sie merken, dass vielleicht Ihr Gast Ihnen auch bestätigt, dass man jetzt ein ganz frisches Gefühl hat und das Gefühl hat, man muss ganz viel Feuchtigkeit haben. Also das sind dann eben die beiden unterschiedlichen Bilder. Eine eher fettige Haut oder die trockene, anspruchsvolle Haut. Und für beide können Sie diese Deep Cleansing Mask einsetzen. So, jetzt haben wir hier nochmal nachgereinigt mit der Kompresse. Und wir können jetzt dieses Tüchlein mit unserer Tonerde, mit den ganzen Bröseln, nehmen wir weg. Und Ihr Gast liegt wieder auf einem schönen, sauberen Handtuch und kleine Bröselchen, die nachher noch am Haarensatz sind, nehmen wir nachher nochmal mit einem frischen Pinsel runter. So, Frau Pasch, wie geht es Ihnen? Also mir geht es sehr gut. Ich muss echt sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die rechte Seite und die linke Seite, ich fühle mich hier so sauber, so frisch. Also unglaublich und hier fühle ich mich so richtig dreckig. Also es ist eigentlich eine Detox-Maske, oder? Also so fühle ich mich jetzt. Es ist so viel anders. Also ich hoffe, Sie machen mir jetzt die andere Seite, weil so fühle ich mich gar nicht mehr wohl. Und ja, ich freue mich auf noch ganz viele kleine Filme mit Ihnen, weil toll, wie Sie das erklären. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, das freut mich auch. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.